Ich hab ein kleines Problemchen Du findest den Ausgang nicht mehr? Nee, ich find den Eingang nicht mehr Wo ist jetzt das Gold hin? Ich hab das Gold mal in die Kiste getan Kannst du mal deine Diamanten in die Kiste tun? Ja, warte Hast du überhaupt welche? Ja Ich hab zwei Stück War das so ein Flint in Steel gemacht? Hm Hm Hast du überhaupt welche? Keine Ahnung Okay Xie komisch So, bisschen Obstern, Füßen, Stütz und Kumpen Sofax schon wie so Fax immer so Keine Ahnung zu Gelangweilter zu reden Bumengut 14 Jahrhundert Und zwar der Mann Schwerter und eine die man spät sagt Du kannst es eigentlich auch eine machen Ja, ist Ja Hast du Sticks für mich? Äh Ey, wo ist ein Diamant hin? Den hab ich Für eine Jukebox, ne? Ah, danke Ah, danke Wir können uns sowieso Rüstung aus Diamant kann man in dieser Wesen noch nicht machen Doch kann man Sicher kann man Ich glaub sie nicht, oder? Geeks Ja, okay Doch kommen So, ich mach mir in die manisches Pinnein Machst du sie nicht? Machst du sie nicht? Mach nicht Ich hätte genau zwei Helden machen Das ist so nötig Ja, es ist so nötig Es brauchen so auf damit geht es was ich auch hier drin um warte jetzt jetzt kann ich doch aufs Klinz in mir geschützt du kannst ja auch mal über deine meinung zu verschiedenen gehen zu so reden und sie dann nicht bis nachher Jakob geht es uns abpissen man abpissen sagen ich denke was denkt ihr soll ich mir eben den Kopf zertrümmern mit der Spitzhacke so richtig hart in die Fresse reinhauen so hier rein schon in die Mitte oder machen wir es schön langsam mit dem Schwert machen wir ein paar so ne ok ne ich mach jetzt hier nicht weiter sonst regt es sich nur auf und das wollen wir doch nicht also ich denke wir haben jetzt hier alles erforscht ok natürlich hat es noch unerforscht die tracks trecke warte jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen höhle höhlentrakt höhlentraktoren 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 höhlentrecke was höhlentrecke ja ich frage mich gerade wie das Wort heißt höhlentrakt 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 auf dem Klo den komisch was hat sich verhauen na Spaß ein Prozent um eigentlich könnten wir die kleine Kontakte ja wie auch immer ohne wir machen man noch ein Tutorial oder ein Video generell wenn ihr wissen wollt mit was wir aufnehmen wie wir es bearbeiten und wo wir aufnehmen ja und was ich für ein Kumpel das Jahr und was für ein Computer eigentlich generell sollten wir mal unsere Computer vorstellen mit allen Daten und sie schaden dann noch Tränen und wir sollten zurück nach Hause gehen erdähten dass wir gegen sie auch noch eine Möglichkeit aber zuerst muss das Eisenpäckchen und das könnten auch wissen wir haben warte 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 ich mache ich habe jetzt mal alle Ehe 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 was soll der Scheiß gibt man die Mannschaft ich will meine eigenen Diamants so habe ich dir gegeben die es ist äh ich denke ich mache jetzt hier mal was dass sich Spuren entstört die Kinder in unserer Basis zurückfinden ja gut die sie so gut das sollte reichen und fackeln also so hier was setzt sich doch die Fakten auf Zürt Blöcke nein ja 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 hier noch und hier und hier und da und hier und hier und hier und wo geht's durch ob ich mir eigentlich letzten Siegurten hat von unserem Haus noch geschrieben mhm ne ich glaub's nicht warte ich geh immer weiter nach oben es könnte sein dass ich den Ausgang gefunden habe aber ich denk zwar eher nicht aber durch habe die Koordinate von unserem Haus doch bleib ich aufgeschrieben ich hoffe es okay hier geht's nicht durch warte ich weiß wo ja äh kennst du du kannst nicht einfach zu den Koordinaten laufen mhm m m m m sucht hier durch nicht m m scheiße von wo bin ich jetzt kommen ich freue mich auch gerade wo es doch raus geht ne war warte Jakob Blatt wurde bis Blatt wurde bis Blatt wurde bis ich glaube ich bin das ist nicht noch müssen mit uns ist so jetzt nicht in der Basis hier geht's nicht durch scheiße bin ich scheiße ja das meinte ich richtig interessiert dich mal unseren Eisenstand äh mhm ich denke mal lieber 4 5 6 3 6 und 14 3 6 und 14 ist ja auch nicht diese Vision aber eigentlich richtig viel sehr viel sogar okay unser Kohle Bestand ist 5 6 und 6 aber wir haben zu Hause noch Kohle ich habe ich habe ein kleines Problemchen bis zum Ausgang nicht mehr ich finde eigentlich nicht mehr da ist es mir das weiß ich auch bis dahin bis dahin ich habe es gefunden was ist was machen jetzt weiß ich schon hier auch nicht also hier hoch und jetzt die Frage also hier durch ich glaube auch hier jetzt rechts denn hier und dann 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 dann hier und dann nein doch nicht dann noch hin hier von hier von hier von hier kann ich gerade freuen es ist eben nicht der Weg okay ich sage mal bin ich voll bescheuert oder so die herr Siegern Frieden und der Frieden liegen nein heute sie leeren wir haben ja was ist das ist ja okay sonst muss es sich schämen mehr vor hier ist zu schämen wieso fange ich jetzt nicht um ein Schienes zu schämen ja das geht auch ja das geht auch weil ich glaube ich bin ein ein Wort etwas zu schämen es ist wirklich ein S nur für mich ein S ich denke es ist so hässlich für ein S ja stimmt okay ne wir sollten damit aufhören ja müssen zu tun ihr müsst nicht wissen was geht besser nicht Lehrer ja Lehrer Schule Schule diese Scheiße wir haben noch ganze fünf Wochen Schule so gut mit nachher geht es ins harte Arbeitsleben ja nach fünf Wochen ich hoffe wir können dann immer noch richtig Let's Place machen ja ich hoffe es auch weil dann gehen wir ein bisschen bezweifeln ja ich sehe ich eigentlich auch weil dann wird es wirklich streng für uns vor allem die ersten Wochen ja für mich geht es auf dem Bau für mich geht es von der Computer was bist du denn Zocker? Testspieler so so game Vorspieler nee heisst du wie das wäre doch geiler Job denkst du schon ne zocken also nein ich habe noch einen weiteren Höhlenteil gefunden nein ein unentdeckten Höhlenteil fuck weg hier ich finde den fucking Ausgang nicht ich habe ihn gefunden ah ok nicht sehr gut wo geht es zurück das weiß ich doch das weiß ich doch hier nicht doch vielleicht schon ich bin ich über die und ich glaube hier geht es auch gut ich habe die hier geht es wirklich zu Spur gelegt was sie war ich immer noch in so ein bisschen in der Nähe der Basis Kanzler kommt ja Tschüss und das heißt es ist noch nicht fertig generell mitnehmen sollten wir das schon ach ja stimmt jetzt haben wir vier Sticks Eisen warte ich denke wir nehmen mal alles mit was mitnehmen können was wichtig ist so so jetzt hat es einfach noch auch es hat es noch golden also ich bin auf dem Weg in die Basis jetzt bin ich angekommen ja jetzt hat sie noch und sollten das Eisen ist für es nun einfach und es ist zwar nicht richtig ich bin es zu tun war Arbeit Bullshit in die Kiste nein ich bin einfach auf dem Bullshit so okay Fehlern und das mit sich mit das mit um dann nämlich stehen das mit wir sollten nicht beide eine Ried nein das nämlich ist nicht mit gesetzlichen nein das ich bin das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das ich bin sonst haben wir angefangen ist 6 die ich bin hast du noch Platz nütter ja habe ich viel sie noch 8 nicht vor das macht und zum für hier die Strecke die Pfeile noch und die Sticks mehr kann ich jetzt nicht mit dem doch sie sind ok mehr kann ich nicht mehr also das Gold im Hof ich habe jetzt alles also ich habe okay die Tiers hast du ich habe all das heißen Alters die Kohle und all das Gold was zum Urkohle erneut ich nicht hast du kann Paube mehr wichtig was du Krabbel ja hab ich zwei Staxen 52 okay dann gebe ich den Tieren wie ich noch ein Konzert das war ein Grund was soll ich mitnehmen Warte ich nimmt aus hier unten und du kannst es noch mit was soll ich jetzt mitnehmen um Wartemann schnell Senster was war es war zu schnell ich mache das jetzt zu oh mein Gott ein Cobblestone kann ich ja hier lassen eigentlich hast du ein Cobblestone den kannst du mir geben ah ja das geht auch jetzt habe ich zwei